Kevin ist so nett und fährt meine Koffer. Wir sind jetzt hier außerhalb des Hotels. Das ist das tolle Ding hier. Man sieht, es ist schon ein großer Komplex hier. Komplex heißt das so? Ich weiß es nicht. Ach, jetzt lässt er meinen Koffer hier stehen. Ich nehm schon mit. Ich kümm schon. Ach, das Auto auf. Das ist unser toller Dodge. Schmeiß den Schlüssel weg. So, der Kofferraum geht auf. So. Ja, das ist die tolle Maschine hier, mit der wir fahren. Was, wa? Ja, natürlich. Soll ich das jetzt normalerweise mal sauber bieten? Ach, keine Ahnung, aber das fahren wir doch gar nicht mit was denn. So, die Sonne scheint schön. Das könnte auch von uns sein. Ach, werden wir mal sehen. Oh, das Marriott Hotel, das haben wir jetzt nicht genutzt. Wir haben das Crown Plan. Da steht's. Das haben wir, genau. Hier gibt's auch eine riesige Einkaufsmaul in der Nähe. Ich glaub, das ist die da irgendwo... Da ist das Parkhaus, glaub ich, von der Einkaufsmaul. Und da... Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir eh kein Geld zum Shoppen. Also lassen wir das. Unser Kofferraum ist schön groß. Dass da auch alles schön reinpasst. Mit meinem Riesenkoffer. Und wenn man die Türe aufmacht, dann geht das so, wenn man das zumacht. Einmal zuhören. Mie mie, macht's. Mach mal doppelt drauf, dann geht nämlich beide Seiten auf. Meinst du? Ja? Mach mal drauf hier. Okay. Ah. Gut. Wir steigen jetzt mal ein. Ich hab wohl vielleicht von drinnen nochmal. Kann man eigentlich was sehen? Ja. Das ist unser... Unser tolles Auto. Und ich hab schon immer noch auf Zoom hier. So, hält, 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 hält. Okay. Mist da, ne? Mist da, ne?